Jetzt geht es in die Zeit, er würde schnell drehen nach Nordwinter. Jetzt geht es in die Zeit, er würde schnell drehen nach Nordwinter. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Jetzt muss er alleine laufen. Jetzt geht es in die Zeit, er würde schnell drehen nach Nordwinter. Jetzt geht es in die Zeit, er würde schnell drehen nach Nordwinter. Jetzt geht es in die Zeit, er würde schnell drehen nach Nordwinter. 40-22 haben wir den Offiziere gesehen. So, versucht, wir haben es geschafft. Ich bin auch einfach am meisten dank bei dem Georg. Es war auch eng für ihn, es war hart gearbeitet. Ich bin zwar gesendet als Team geschafft, du hast was gefunden. Funkstadt ist ein gutes Schlachter für dich, oder? Ja, wir können uns so und so sehen. Zwar schnelle Zeiten haben wir aber nie ganz gereicht, aber für den Set ist ein gutes Schlachter. So, herzlichen Glückwunsch, Marc. Wir warten auf dieses Siegerste. Applaus für den Mark Kreuzer. 145, 22, die Siegerzeit hat sich gestehen. Ich mag das unglaublich. Funkstadt, ihr seid unglaublich. Vielen Dank für diese kleine Stimmung. Wir haben einen WM-Teilnehmer über 800 Meter aus. Das habt ihr ermöglicht. Für euer WM-Teilnehmer, hier auf die WM-Teilnehmern, die wir auf unsere Höchst-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf-Höpf.